Hey Freunde, es wäre schön, dass ihr auch die Woche wieder zu einer kurzen Zusammenfassung der Nachrichten eingestaltet habt. Wir beginnen wie immer mit einem kurzen Corona-Update, sprechen da über die aktuellen Zahlen, über Impfprivilegien und den russischen Impfstoff. Wenn wir dann auf Europa schauen, werfen wir natürlich einen Blick auf die Situation in Russland und werden dann außenpolitisch wiederum uns ein wenig auf Myanmar fokussieren, uns den Militärputsch vor Ort anschauen. Und zum Ende des Videos hin habe ich wie immer noch eine gute Nachricht der Woche für euch. Wenn wir auf die aktuellen Zahlen in der Corona-Pandemie in Deutschland schauen, sehen wir eine sehr positive Bilanz. Die Zahlen sinken immer weiter nach monatelangen Lockdown, auch muss man sagen endlich. Und wir nähern uns immer mehr dieser magischen Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche an. Die Frage ist natürlich, ist das das Ziel? Und die Antwort auf diese Frage bleibt uns die Bundesregierung weiterhin schuldig, was eigentlich das Ziel ist. Denn es gibt auch immer mehr Verfechter, auch prominente Verfechter von einer sogenannten No-Covid-Strategie, die die Inzidenz auf unter 10 drücken möchte, damit man wirklich konsequent jeden Fall nachverfolgen kann, damit man eventuell sogar zu einer Inzidenz von 0 kommen kann und damit alles theoretisch wieder öffnen kann. Auch Wirtschaftsvertreter, für eine Wirtschaftsvertreter äußern sich positiv gegenüber so einer solchen Strategie, damit eben wir nicht im April zum Beispiel eine dritte Welle haben sollten. Ein weiteres heiß diskutiertes Thema sind Impfprivilegien, also die Frage danach, ob Geimpfte alle ihre Rechte wieder zurückbekommen sollten. Da gibt es natürlich verschiedene juristische Punkte, also kann man Geimpften überhaupt diese Rechte weiter verweigern auf juristischer Ebene? Jetzt hat sich allerdings auch der Deutsche Ethikrat damit beschäftigt und eine Empfehlung für die Bundesregierung abgegeben, die da ist, dass man grundsätzlich keine Impfprivilegien verteilen sollte. Also a, solange gar nicht klar ist, ob Geimpfte die Ansteckung nicht vielleicht doch noch weiter tragen, auch wenn sie geschützt sind vor einer schwerwiegenden Krankheit zum Beispiel. Und b, solange gar nicht alle die Option hatten, sich impfen zu lassen, wäre das sehr ungerecht. Sie sprechen sich aber grundsätzlich dafür aus, die sehr, sehr scharfen Regeln in Alten- und Pflegeheimen, sobald es geht, tatsächlich zu lockern, hier also die Ausnahme zu machen und hier weiter Privilegien zuzusprechen, damit diese Menschen auch wieder besucht werden können, rein aus pragmatischen Gründen. Des Weiteren hat sich die Bundesregierung jetzt darauf geeinigt, weitere Gelder auszuschütten als Corona-Hilfe. Zum einen wird es wieder einen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind geben, im letzten Sommer waren es 300 Euro. Und alle, die auf Grundsicherung angewiesen sind, werden auch einen einmaligen Bonus von 150 Euro bekommen. Das waren so die Punkte, die die SPD durchgebracht hat. Die CDU wiederum hat einige ihrer Punkte hier durchbringen können. Das ist Unterstützung für die Wirtschaft, für die Industrie, für die Gastronomie, aber auch für die Kultur, dass hier nochmal viel Geld in die Hand genommen wird, Steuern gesenkt werden und einige Maßnahmen schlicht ergriffen werden, um diesen Branchen hier unter die Arme zu greifen. Und dann noch ein kurzer, schneller Punkt hier zu Sputnik V, dem russischen Impfstoff. Dieser ist mittlerweile schon über eine Million Mal verimpft worden. Und ja, vorläufige Studien zeigen, dass es eben nicht große Nebenwirkungen gab, dass die Wirksamkeit relativ hoch ist. Ungarn zum Beispiel hat bereits diesen Impfstoff importiert und verimpft diesen. Und auch in Deutschland schaut man sich das jetzt ganz genau an. Und auch die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, möchte, sobald es geht, sobald dafür Zeit ist, auch diesen Impfstoff prüfen, damit man ja eine möglichst große Bandbreite an Impfstoffen hat, da ja der Impfstoff derzeit der limitierende Faktor ist, also die Menge an Impfstoff, was die Impfrate in Deutschland und natürlich auch der EU angeht. Um dann aber von Corona wegzukommen, zu einem anderen ganz großen Thema. Auch im Sommer 2019 wurde sehr viel demonstriert auf die Straße gegangen gegen eine neue Urheberrechtsreform, die dann auf europäischer Ebene auch beschlossen wurde, die jetzt in den Nationalstaaten, also auch in Deutschland, umgesetzt werden muss. Dabei geht es darum, Künstler im Internet schlicht besser zu schützen. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass die Betreiber der Plattformen für diese Inhalte haften. Und damit ist klar, es wird auf Upload-Filter hinauslaufen. Bedeutet, jeder Content, der auf YouTube und anderen Plattformen hochgeladen wird, wird voraussichtlich von einem Filter gescannt. Und dieser entscheidet dann darüber, ob man das überhaupt hochladen darf oder nicht. Hier ist die Angst vor Zensur sehr, sehr groß gewesen. Das kommt jetzt wieder. Es gibt ganz große Kritik daran, auch wie das in Deutschland umgesetzt wird. Auch wenn man versucht hat, da Ausnahmen zu finden. Also 15 Sekunden Ton und Videomaterial zum Beispiel sind erlaubt. 125 Kilobyte an Bildern und 160 Zeichentext. Kritiker sagen, das ist völlig an der Realität vorbei. Und so möchte allerdings die Bundesregierung praktisch die Vorgaben aus der EU umsetzen. Das wird voraussichtlich so kommen. Und dann bleibt abzuwarten, wie die Betreiber das dann tatsächlich in der Realität auch umsetzen. Seitdem der Kreml-Kritiker Nawalny wieder nach Russland zurückgekehrt ist, spitzt sich die Situation dort ja immer weiter zu. Wir hatten letzte Woche schon große Proteste, weil Nawalny in Untersuchungshaft saß. Nun ist er tatsächlich für dreieinhalb Jahre Gefängnis verurteilt worden, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Nachdem es den Giftanschlag auf ihn gab, hätte er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, weil er sich nicht bei der Polizei gemeldet hatte, während er im Krankenhaus in Deutschland lag. Was natürlich auch fernab der Realität schlicht ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr, sehr viele Menschen, Politiker und Nationen sind sich hier einig, dass es ein politischer Prozess ist, ein politisch gewollter Prozess, bei dem Nawalny mundtot gemacht werden soll. Und dementsprechend gibt es auch große Kritik der europäischen Nationen. So groß, dass Russland mittlerweile auch europäische Diplomaten ausgewiesen hat. Und Frankreich zum Beispiel fordert, dass Deutschland den Bau der Pipeline Nord Stream 2, also das große Projekt derzeit mit Russland, stoppt. Und als Reaktion darauf, dass Nawalny verurteilt wurde, um hier ein Zeichen für Menschenrechte und Unterstützung für die russische Opposition zu setzen. Insgesamt lässt sich festhalten, die Beziehungen zwischen Europa und Russland sind derzeit auf einem Tiefpunkt angekommen. Und auch die Situation vor Ort eskaliert immer mehr dadurch, dass die Menschen immer mehr auch auf die Straße gehen, immer mehr Menschen verhaftet werden und ins Gefängnis gesteckt werden dafür, dass sie auf die Straße gehen, dass sie demonstrieren. Und vielleicht ist das der Anfang vom Ende der Ära Putin. Vielleicht wird aber auch noch härter durchgegriffen werden. Und der Kreml kriegt die Proteste hier unter die Kontrolle. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Viel hat sich diese Woche in der Nachrichtenwelt um Myanmar gedreht. Myanmar, ein südostasiatisches Land, ist seit 1962 de facto Militärdiktatur. Und seit 2011 gab es eine Art Demokratie, die wurde geduldet von dem Militärregime. Das ist allerdings Geschichte, denn diese Woche gab es einen Militärputsch und das Militär ist wieder vollends in Myanmar auch an der Macht. Hat auch mittlerweile Facebook gesperrt, erst mal bis Sonntag vielleicht auch länger, um eventuelle Proteste und Demonstrationen hier im Keim zu ersticken. Die Nachrichtenlage dort ist grundsätzlich relativ chaotisch. Viele Parlamentarier sind verhaftet worden, können twittern, manche können nicht twittern, also können sich eventuell da nicht frei äußern. Und die Chancen stehen auch schlecht, dass dieser Militärputsch zurückgenommen wird, dass das Militär wieder zurücktritt, ohne dass es wirklich massive Proteste von der Bevölkerung gibt, wo es wahrscheinlich zu exzessiver Gewalt kommen wird, auch von Seiten, gerade von Seiten des Militärs. Und das würde diese Lage dort mit Sicherheit nicht stabilisieren. Auch hier müssen wir die nächsten Wochen ganz genau drauf schauen. Und zu guter Letzt würde ich ganz gerne mit euch noch auf die USA schauen, denn wir sehen gerade innerhalb der republikanischen Partei einen riesengroßen Machtkampf. Also wir haben die Trump-Anhänger, slash QAnon, Anhänger, slash Frauenhasser, Rassisten, Verschwörungstheoretiker, all dieser Block ist mittlerweile so die Hälfte der Republikaner und kämpft wiederum gegen den alten republikanischen Anteil, den es vor Trump gab, der ein wenig gemäßigter auf jeden Fall ist. Da sprechen wir über Liz Cheney wiederum, die ein wenig republikanischer im alten Sinne ist, also gemäßigter. Und wir sprechen auch über Taylor Greene, die wiederum stellvertretend für die Trump-Anhänger ist, die von Verschwörungstheorien spricht, davon, dass Donald Trump die Wahl gestohlen wurde. Und hier entbrennt gerade ein gigantischer Machtkampf, auch deswegen, weil über die Frage entschieden wird, ob Donald Trump nochmal impeached werden soll, was verhindern würde, dass er 2024 zur Wahl antreten kann, was wiederum aber seine Anhänger natürlich fordern und haben wollen. Und auch das ist sehr spannend zu beobachten. Und auch das wird die Politik der nächsten Jahre in den USA nochmal klar kennzeichnen. Und es zeigt auch auf, dass Donald Trump gerade den Republikanern hier auch langfristig seinen Fußabdruck aufzwingt und die Partei nachhaltig verändert hat. Außerdem aus den USA hat der jetzige Präsident Joe Biden erklärt, dass der Truppenabzug aus Deutschland, den Donald Trump angekündigt hatte, aufgehoben wird. Man möchte wieder Schulter an Schulter mit seinen Verbündeten stehen und da steht auch Deutschland eben ganz oben auf der Prioritätenliste mit dabei für Joe Biden und dementsprechend werden die Soldaten in Deutschland vorerst bleiben. Und zum Ende sprechen wir noch kurz dann über Amazon, denn das Unternehmen hat angekündigt, in Zukunft seine PfarrerInnen mit einer Kamera überwachen zu wollen, also tatsächlich überwachen zu wollen. Das Unternehmen gibt an, dass das zur eigenen Sicherheit der Beschäftigten wäre, dass also man vor Sekundenschlaf zum Beispiel gewarnt werden soll, aber Arbeitsrechtler schreien dann natürlich ganz laut auf, sprechen über die Ideen, die in 1984 natürlich ganz groß dargestellt werden, über eine immer größere Überwachung jetzt von Amazon, in anderen Fällen natürlich auch im Digitalen, also über Facebook, über Google, WhatsApp, Instagram. Das alles macht das Thema immer größer und es wird vermutlich auch eines der größten Themen sein, die es die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu diskutieren gilt, wie groß die Macht hier ist, wie weit Arbeitnehmer auch überwacht werden dürfen und sollten. Aber es gibt natürlich nicht nur schlechte und kritische Nachrichten auf der Welt, wie immer möchte ich euch noch kurz eine gute Nachricht der Woche vorstellen. Hier sprechen wir über einen Plan, den es schon lange gibt, nämlich den Güterverkehr auf Schienen in Deutschland wieder zu verstärken, dass die LKWs, dass es von der Straße wieder zu den Schienen geht, was natürlich umweltfreundlicher wäre. Das hatte man lange irgendwie als Ziel festgeschrieben, nichts Konkretes. Nun hat das Verkehrsministerium 200 Millionen Euro zugesagt, damit hier Förderprogramme unterstützt werden, damit gerade kleinere und mittlere Betriebe auch ans Schienennetz angeschlossen werden können, um ihre Waren dann auch einfacher über den Zug, die Bahn transportieren zu können. Und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung an der Schiene und der Bahn wurde viel zu lange gespart in Deutschland, nach meiner persönlichen Meinung. Und deswegen finde ich, ist das definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Ja, und das war es dann auch schon wieder von mir und von den Nachrichten für diese Woche. Freut mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Fragen, Anregungen und Kommentare wie immer alles gerne in die Comments und dann sehen wir uns doch hoffentlich nächste Woche zu den nächsten Nachrichten wieder.